Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube Kanal Malefiz Gaming. Mein Name ist Malefiz und heute gucken wir uns die Kartenerweiterung von Hearthstone an, geschmiedet im Brachland. Ich habe ein paar Kartenpackungen vorbereitet, die wir heute öffnen werden. Vielleicht ist die ein oder andere legendäre dabei und wir gucken uns generell die Karten einfach mal an. Ich bin schon super gespannt auf die neue Kartenerweiterung und wünsche euch viel Spaß beim Video. So, fangen wir mit den ersten Packs an, würde ich sagen. Wir haben 140 Packs vor uns. Ich würde sagen, wir öffnen die ersten 40, dann die nächsten 50, nochmal 50 und dann noch die 5 goldenen Packungen. Fangen wir an. Und los geht's. Pack Nummer 1. In den ersten 10 ist hier auf jeden Fall eine legendäre drin. Mal sehen, welche. Muskelaufbau verleiht einem zufälligen Diener Spott auf eure Hand plus 1 plus 1 und erhaltet eine Kopie davon. Okay. Ruhn beschriebene Kugel verursacht zwei Schaden und entdeckt einen Zauber. Ich glaube, sie soll ziemlich cool sein, die Karte. Klingt auf jeden Fall cool. Ein Päon. Oh, Warcraft 3. Erhaltet oder Warcraft 1, 2. Erhaltet einen zufälligen Zauber eurer eigenen Klasse auf die Hand mit Raserei. Und dann haben wir hier der erste Diener mit Spott, den ihr in jedem Zug ausspielt, kostet zwei weniger. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine ganz coole Arena Karte. Ob die so gut im Standard ist, kann ich gar nicht sagen. Wie gesagt, bin eher so der Arena Spieler. Tückischer Stich, Rang 1 für Ursula 8 2 Schaden wird aufgewertet, wenn ihr 5 Mana habt. Achso, okay. Ab 10 Mana ist er dann für Ursula 8 6 Schaden, für 2 Mana. Echt? Okay. Weiter geht's. Pack Nummer 2. Was haben wir mit Pack Nummer 2? Ausgräberkarawane. Okay. Verleiht allen Dienern auf eure Hand zu Beginn eures Zuges. Plus 1, plus 1 für Jäger. Weiß ich nicht. Naja. Druide Wildtier. Der Dickbalk Kodo Spott Todesröcheln. Erhaltet 5 Rüstung. Nicht so schnell. Er beschwert einen Wichtel. Wichtelschwarm, Rang 1. Beschwert einen Wichtel. Auf 5 ist dann, glaube ich, 2 Wichtel. Und auf Rang 3, 3 Wichtel für 10 Mana. Also, wenn man 10 Mana hat, dann für 2 Mana 3 Wichtel. Nochmal den Peon und als letztes den Zündel Elementar. Ne, den Zündelementar. Entschuldigung. Kampfschrei. Der nächste Elementar, den ihr ausspielt, kostet 1 weniger. Na, glaube ich, ganz coole Karte für einen Elementarschaman oder Magier. Alle anderen benutzen, glaube ich, gar keine Elementare. Der Priester damals vielleicht noch, aber jetzt ja nicht mehr. Pack Nummer 3. Gott, das dauert ja ewig. Okay. Hagel, Rang 1, Magierkarte. Friert einen zufälligen feindlichen Diener ein auf Rang 1, auf Rang 2 sind 2 und auf Rang 3, 3. Lastkodo. Kampfschrei. Entdeckt ein Wildtier, ein Geheimnis oder eine Waffe. Ich glaube, die Karte ist echt cool. Wieder den Wichelschwarm. Grimoire der Opferung. Vernichtet einen befreundeten Diener. Fügt allen feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Okay. Eine kleine Schattenflamme, glaube ich. Und Jähzorn, Rang 1. Verleiht eurem Helden plus 2 Angriff in diesem Zug. Für Dämonenjäger. Rang 2, weiß ich nicht. Rang 3 auch nicht. Jetzt sind 6 Schaden. Ziemlich krass. Für ein Mana. Gut. Pack Nummer 4. Wegkreuz. Tratscherin. Er erhält plus 2 plus 2, nachdem ihr ein eigenes Geheimnis auf, nachdem ein eigenes Geheimnis aufgedeckt wurde. Man. Verletzter Marodeur. Sportkampfschrei fügt diesem Diener 6 Schaden zu. 5 Zehnerstats. Das ist ziemlich ordentlich. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Priesterkarte. Kann man gut hochheilen. Auch in einer Arena auf jeden Fall. Bringt ein Geheimnis aus eurem Deck ins Spiel, nachdem euer Held angegriffen hat. Das ist eine ziemlich coole Paladin-Waffe. Die ist ziemlich mächtig, glaube ich. Machtwort Seelenstärke. Für den Priester verleiht einem Diener plus 3 plus 5. Kostet eins weniger für jeden Zauber auf ihrer Hand. Die ist jetzt nicht so gut in der Arena auf jeden Fall, weil da hat man eher nicht so viele Zauber und auch nicht so viele Karten auf der Hand. Und tückischer Stich, Rang 1 für den Schurken nochmal. Nächstes Pack. Über die nächsten Packs gehen wir mal ein bisschen schneller, aber jetzt für das erste gucken wir uns mal jede Karte genau an. Muskelaufbau hatten wir schon. Oh, ich sehe es schon da hinten. Oh, eine legendäre Karte. Machtwort Seelenstärke hätten wir hier nochmal. In Gold für den Priester. Okay, der Effekt haut mich jetzt hier nicht so vom Hocker. Und dann Sperr der blühenden Oase. Ein Murloc. Und nachdem ihr einen Murloc herbeigerufen habt, erhält er plus 1 Angriff und Eifer. Oh, legendäre. Kurtrus Aschensturz. Dämoniger Kampfschrei. Greift die feindlichen Diener ganz links und rechts an. Außenseiter immun in diesem Zug. Ah, ich glaube, die könnte ziemlich cool sein. Auf jeden Fall. Und Soldatenkarawade für den Paladin. Ruft zu Beginn eures Zuges hat der Gegner auf jeden Fall ein Problem. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Pack Nummer 6. Pack Nummer 6. Und los. Silberblatt Gift. Verleiht eurer Waffe. Zieht eine Karte, nachdem euer Held angegriffen hat. Also auf jeden Fall. Habe ich schon Videos gesehen, wo die Schurkenwaffe unglaublich stark hochgewafft wurde. Gibt irgendwie so eine Schurkenwaffe. Sie bekommt eine Haltbarkeit, wenn ein Gift drauf gezaubert wird. Das ist ziemlich cool. Verschlingende Seuche. Lebensentzug. Verursacht 4 Schaden, der zufällig auf alle feindlichen Diener verteilt wird. Okay. Priester. Lauerin der Ölplattform. Kampfschrei. Verursacht 2 Schaden. Verursacht stattdessen 4 Schaden, wenn ihr diesen Diener in diesem Zug auf die Hand erhalten habt. Verursacht 4 Schaden. Okay. 4,4 für einen Schurken. Ich würde sagen, das ist eine gute Arena-Karte. Und ein Merlock. Wie heißt der? Meatlock. Der blühenden Oase. Kampfschrei. Erhält plus 1, plus 1, wenn ihr einen Merlock kontrolliert. Na gut, die Merlocks sind jetzt nicht so die super... die super Karten in der Arena, aber okay. So, Ankara, Kriegerkarte. Ankara, der Steinbrecher. Eifer. Na, ist schon mal nicht schlecht. Raserei. Auch gut. Zieht eine Karte. Ja, könnte eine gute Karte sein. Bis jetzt war er immer nur Paladin-Priester. Paladin-Priester. Die besten Klassen in der Arena. Also zumindest bin ich da immer am weitesten gekommen. So, 5-Mana-Räuber der Klingenmähnen. Raserei. Greift einen zufälligen Feind an. Greift er dann zweimal an? Ich weiß nicht. Wird man herausfinden. Uh, den kennen wir schon. Grimoire der Opferung kennen wir auch schon. Erzog kennen wir schon. Und... Mal des Stachelpanzers. Für den Druiden verleiht einem Diener plus 2, plus 2. Erhaltet eine Kopie von ihm auf die Hand, wenn er Spott hat. Okay. Da muss man halt viele Diener mit Spott finden in der Arena. Na gut. Wir werden sehen. Hm. So, nochmal eine epische Karte. Für den Dämonenjäger. Todesröcheln. Ruft aus eurer Hand einen Diener mit Todesröcheln herbei, der maximal 4 kostet. Okay. Boah, das ist jetzt nicht so die Top-Karte, glaube ich. Aber im Standard bestimmt, wenn man sich sein Deck so zurechtlegen kann, wie man das gerade braucht. Aber weiß ich nicht. Na ja. Finsterer Ruf. Dämonenjäger. Nochmal. Beschwert 2 Dämonen. 2-2 mit Lebensentzug. Aber für 3 Mana ist nicht schlecht. Südküstenhäuptling. Ein Murloc-Kampfschrei verursacht 2 Schaden, wenn ihr bereits einen anderen Murloc kontrolliert. Ja, woher ich viele Murlocs. Ja. So, dann hätten wir nochmal den Ankara und zum Schluss Silberblattgift. Hatten wir auch schon. Oh, wir haben einen Erfolg abgeschlossen. Pack Nummer 9. Oh, das ist eine epische. Lastkodo. Hatten wir schon. Erfahrene der Sanitäterinnen. Der Sanitäterin. Erfahrene Sanitäterin. So. Ruft ein Sanitäter. 2-2 mit Lebensentzug herbei. Nachdem ihr einen Heiligzauber gewirkt habt. Für den Paladin. Mocke. Dunkelsperr-Berserkerin. Todesreiche entfügt eurem Helden 5 Schaden zu. Für 4 Mana 5, 7. Das ist okay, würde ich sagen. Das ist so ähnlich wie der 7, 6er, wo die Einheiten dann, oder die Karten, dann auf einmal 3 mehr kosten. Aber die Stats sind halt echt extrem gut. Und nochmal für den Dämonenjäger. Und eine epische Karte. Zeichen der Stille bringt. Zu Beginn eures nächsten Zuges alle feindlichen Diener zum Schweigen. Ne. Ne. Das ist einfach nur Kacke. So. Stärkende Predigt. Für den Paladin verleiht allen Dienern auf eurer Hand in eurem Deck und auf eurer Seite des Schlachtfels. Plus 1, plus 1. Ah. Weiß nicht. Den hatten wir schon. Für den Druin. Den hatten wir auch schon. Axt, der Vorhut. Zieht eine Karte, nachdem euer Held einen Diener angegriffen hat und vernichtet hat. Ja, das ist ja mal eine Waffe. Die ist ja mal richtig gut. Ich glaube, die ist richtig gut in der Arena. Verletzter Marodeur, Spott, Kampfschrei, fügt... Achso, den hatten wir schon. Pack Nr. 11. Laichgrund, Futterwühler. Todesrechte, ruft einen Minifloss im 1-1 herbei. Beute verwunden ist ein Jäger. Karte verursacht 1 Schaden, ruft eine Hyäne 1-1 mit Eifer herbei. Okay. Den hatten wir schon. Minifloss ist Karawane. Zieht zu Beginn eures Zuges einen Merlock. Okay. Aus dem Deck oder einfach so? Keine Ahnung. Und dann hätten wir noch Sonnenbrunneninitiant. Raserei erhält Gottesschild. Okay. Das ist eine gute 3-Mana-Karte für 3-4. Ist okay. Ist okay. Wenn er den Angriff überlebt, dann hat er halt ein Gottesschild danach. Statt. Wie war das? Es gibt die... Für 4-Mana 3-3 mit Gottesschild und für 3-Mana, glaube ich, 3-1 Gottesschild. Da ist die auf jeden Fall eine gute Alternative. Erdklagegeist, Schamankarte, Spott, Kampfschrei, fügt allen feindlichen Dienern einen Schaden zu. Ja. Okay. Galoppierender Retter, Geheimnis, ruft ein Ross 3-4 mit Spott herbei, nachdem euer Gegner in einem Zug 3 Karten ausgespielt hat. Wird niemals passieren in der Arena. Wird sehr selten. Also das Geheimnis wird einfach da bleiben. Verzweifeltes Gebet für den Priester stellt bei jedem Helden 5 Leben wieder her. Oasenverbündeter, Magier, Geheimnis. Wenn ein befreundeter Diener angegriffen wird, ruft ihr einen Wasserelementar 3-6 herbei. Das ist mal eine Karte. Das ist mal ein Geheimnis. Boah, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und was hätten wir noch? Zorn des Rudels. Druide verleiht euren Dienern plus 1, plus 3. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Hat man zwei Diener schon auf dem Board? Ja. Kann ich mir ganz gut vorstellen beim Druiden. So. Weiter geht's. Was sind wir hier? Zündel Elementar hatten wir schon. Verschlingende Seuche hatten wir schon. Stärkende Predigt hatten wir schon. Kriegerheld von Taurajo. Raserei vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut, Karte. 4, 8. Ja. Nehmen wir. Beute verwunden hatten wir schon. Ne, ist eine Packung. 27 Packungen. Gut. Kultistin der Totenköpfe. Spott-Todesrichtung stellt bei eurem Helden zu viel Leben her. Wieder her. Das ist eine gute Karte. Dornwuchs-Wächter für den Druiden ruft zwei Schildkröten mit 1, 2 Spott herbei. Okay. Ja. Stichschuss fügt einem Diener 6 Schaden zu. Überschüssiger Schaden trifft den feindlichen Helden. Das ist eine gute Karte. Ich würde sagen, das ist eine gute Karte. Ja, doch. 6 Schaden auf den Diener für 4 Mana ist okay. Es wieder ist wie der Feuerball vom Magier. Also kostet auch 4 Mana und macht auch 6 Schaden. Aber überschüssiger Schaden ist halt einfach weg. Und der Kriegerhild von Tauradio nochmal. Nummer 15, glaube ich. Oasen-Drescher. 2 Mana. Raserei fügt dem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Ist auf jeden Fall besser als der Krokulisk, den es ja schon seit Jahren gibt. Der hatte nämlich gar nichts dazu stehen, glaube ich. War einfach nur 2, 3 Wildtieren fertig. Der ist auf jeden Fall besser. Ich weiß gar nicht, ob der rausrotiert. Oasenverbündeter. Sehr schön. Na, hatten wir schon. Die Kugel. Kriegshymnen-Gesandter. Raserei erhält plus ein Angriff für jeden verletzten Charakter. Ja, ist doch gut. Ist okay. 5 Mana. Wenn es nichts Besseres gibt. Und Schweinezüchterin. Die Schweinezüchterin. Mal ein Bild genauer angucken. Das Schwein sieht auf jeden Fall cool aus. Ich mag das Schwein. Kampfschrei ruft ein Schwein. 2, 1 mit Eifer herbei. Schon alleine wegen dem Schwein würde ich es nehmen. So, weiter geht's. Talentierter Arkanist. Kampfschrei. Euer nächster Zauber in diesem Zug hat plus 2 Zauberschan. Finsterer Ruf. Das hatten wir schon. Nee, hatten wir schon. Wirbelnder Kämpfer. Kampfschrei mit Raserei. Fügt allen anderen Dienern einen Schaden zu. Kampfschrei und Raserei. Okay. Ist auf jeden Fall so ein AOE für 2. Okay. Weiß nicht. So, und Brachland Fallenstellerin. Eure Todesröcheln-Karten kosten 1 weniger. Wenn man so viele Todesröcheln-Karten bekommt, dann... Ja, solide Stats, würde ich sagen. Ist okay. Nichts Tolles. So, was haben wir hier noch? Klingen über Todesröcheln. Ruft aus eurer Hand einen Diener mit Todesröcheln herbein, der maximal 3 kostet. Boah, das ist schon ziemlich gut. Dann muss man halt Todesröcheln-Karten auf der Hand haben als Jäger. Fleischreißer-Hyäne. Kampfschrei. Fügt eurem Helden 3 Schaden zu. 2-4 für 2 Mana. Das ist gut. Ich glaube, es ist gut. Wenn man nochmal den Kling-Eber in 1 Pack, 2 mit dieselbe Karte. Vergnügter Gast. Raserei ruft einen weiteren vergnügten Gast herbei. Ah, das ist ja richtig cool. Get in here! Get in here! Ich glaube, die Karte ist richtig stark. Sonnenbrunnen-Initiant. Merken. Merke ich mir auf jeden Fall. Für die nächsten Arena auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube, die Karte ist richtig gut. Oh, Gold. Was ist denn hier los für ein Pack? Wow. Apotheker-Karawane. Die hatten wir schon. Ruf zu Beginn eures Decks. Eures Zuges. Ein Diener aus eurem Deck herbei, der 1 kostet. Das ist jetzt nicht so toll. Oh, jetzt sind wir übersprungen. Fleischreißer-Hyäne. Die hatten wir schon. Himmlische Ausrichtung. Setzt die Mana-Kristalle von beiden Spielern auf 0. Setzt die Kosten aller Karten auf der Hand. Und im Deck beider Spieler auf 1. Nee. 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 Ritter der Salbung. Kampfschrei. Zieht ein Heilig Zauber. Ich glaube, für einen Mana ist der ziemlich gut. Zieht eine Karte. So wie die für zwei Mana. 1-1. Zieht eine Karte. Und der macht ja genau eigentlich fast dasselbe. Nur, dass er halt Zauber nur zieht. Und da ja alle Paladin-Zauber eigentlich heilig sind. Außer, ich glaube, heilige Pein oder so. Nee, Holy Wrath. Ich weiß nicht. Der ist kein Heilig-Zauber-Spruch. Warum auch immer. Da steht schon Heilig im Titel. Aber es ist keine Heilig-Karte. Verstehe ich nicht. Und die feindet sich darin. Pack Nummero 18? Na egal. Dann hat man schon Kontaktmann. Zieht eine Karte, nachdem ihr eine Kampfschrei- oder Kombo-Karte ausgespielt habt. Ist, glaube ich, ganz gut. Ist, glaube ich, ganz gut für eine Kombo-Karte. Üdnis-Stürmer. Kampfschrei erhält Eifer und Winzer. Und wenn ihr im letzten Zug ein Elementar ausgespielt habt. Dann haben wir hier noch Laura in der Öl-Plattform. Kampfschrei verursacht zwei Scheine. Den hatten wir schon. Aber ein Gold. Haben wir noch nicht. Unverzweifeltes Gebet. Und schneller. Schneller. Okay. Soldatenkarawane. Hat man schon. Ich sehe was. Da hinten. Da hinten. Hat man schon. Gelinier hat man schon. Stichschuss hat man schon. Und jetzt. Gold. Oder nicht Gold. Ja, nicht Gold. Aber immerhin eine legendäre. Das ist ziemlich cool. Kampfschrei verursacht. Kanonier. Häcksler. Kanonier Häcksler. Kampfschrei. Verwandelt eure Geheimnisse in drei, drei Soldaten. Sie verwandeln sich zurück, wenn sie vernichtet werden. Verwandelt eure Geheimnisse. Okay. Ja. Weiß ich nicht. Gibt es so viele Geheimnisse? Das eine war ziemlich. Wenn der Gegner drei Karten in seinem Zug ausspielt. Dann wird das getriggert. Ja, okay. Aber immerhin ist es eine gute Karte. Eine legendäre Karte. Ich finde sie schön. So, weiter geht's. Erfrischender Quellwasser. Zieht zwei Karten. Füllt für jede gezogene Zauber. Für jeden gezogenen Zauber zwei Mana-Kristalle wieder auf. Ich glaube, im Standardformat ist sie ziemlich gut. Die Karte in der Arena zieht zwei Karten. Ich weiß ja nicht. Weiß nicht. Spott Todesröschchen erhaltet. Fünf Rüstung. Also auf jeden Fall gut. Druidenkarte. Total solide Stats. Spott kriegt's noch Rüstung zurück. L2 plus Wegkreuz Tratsch. Und die hatten wir schon. Hatten wir jetzt auch schon in dem Pack sogar. Und den Nordwachtkommandant. Kampfschrei zieht ein Diener, wenn ihr ein Geheimnis kontrolliert. Drei, vier. Warum sollen wir ein Geheimnis haben? Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. 19 Packs noch. Den hatten wir schon. Kröte der Wildnis. Das ist auf jeden Fall eine coole Karte. Also sieht es auf jeden Fall gut aus. Sieht schön. Ist einfach eine schöne Karte. Spott Kampfschrei erhält plus zwei Leben, wenn ihr einen Naturzauber auf der Hand habt. Okay. 2-2 für, ja, weiß nicht, für einen Druiden-Deck oder Schamana, glaube ich, den Naturzauber. Die anderen haben doch alle ja keine Naturzauber. Ist, je nachdem, was man gerade für eine Klasse spielt, kann man die auf jeden Fall mitnehmen. Giftiger Scorpiet. Giftig? Ist es giftig? Er ist ein Scorpiet. Entschuldigung. Giftiger Scorpiet. Giftig. Kampfschrei. Entdeckt ein Zauber. Für 1-3. Ist okay, ist okay. Entdeckt ein Zauber. Kann immer ganz gut sein. Ach, ich muss mich ja anders hinsetzen. So, weiter. Hier. Weiter geht's. Axt der Vorhut. Super Karte. Sofort Pick in der Arena. Ausstatterin der Kabale, Kampfschrei und Todesröcheln verleiht einem zufälligen anderen befreundeten Diener plus 1 plus 1. Das ist eine ganz gute Karte. Das ist eine ganz gute Karte, glaube ich. Ich glaube, die ist ganz gut. Wenn man dann jemanden auf dem Board hat. Als Hexenmeister eigentlich immer, oder? Da spielt man eher schnelle Decks. Oh, Sonnenschuppen-Raptor. Mischt einen Sonnenschuppen-Raptor in euer Deck und verleiht ihm dauerhaft plus 2 plus 1. Ja, für einen Mana, für einen Jäger ist das eine super Karte. Also, ich denke, die ist gut. Da haben wir den effizienten Octobot. Raserei. Verringert die Kosten eurer Handkarten um 1. Am Standard ist die bestimmt richtig gut. Verringert die Kosten eurer Handkarten um 1. Boah. Ich glaube, die kann in der Arena auch richtig gut sein. Ja, so ein verringertes Sprint zum Beispiel. Ey, das ist nicht die Top-Arena-Karte, aber ich glaube, die ist gut. Die ist okay. Die ist richtig gut. Erhält plus 1 Haltbarkeit. Das ist derselbe, von dem ich vorhin gesprochen habe. Pack ein Gift drauf und die Haltbarkeit wird um 1 erhöht. Das ist eine richtig gute Karte. Ich glaube, wir haben ein paar Gifte. Hier das ganz normale Gift plus 2 Schaden. Das ist schon ziemlich gut. Das machen wir immer mit. Kampfschrei, äh, Miklog. Den hatten wir schon. Freibäuterin von Ratchet. Kampfschrei. Verleiht eurer Waffe plus 1 Angriff. Für 4-3 ein Pirat. Kann ja nichts verkehrt machen. Ist okay. Was haben wir hier noch? Wachposten der Fernwacht. Kann nicht angreifen. Nachdem euer Gegner eine Karte gezogen hat, kostet sie 1 mehr. Maximal 10. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Also er kann ja auch nie angreifen. Kann ja nichts machen. Aber der Effekt ist halt schon, also im Standard ist er bestimmt richtig gut, wenn man sein Deck darauf auf die Wachposten auslegt. Aber in der Arena, für 2 Mana, wenn man nichts anderes findet, kann man den mitnehmen. Den hatten wir schon. Großstraßengrunzer. Sportraserei erhaltet Rüstung, die dem erlittenden Schaden entspricht. Hm. Weiß nicht. Brachlandfallen, Stellerin. Hat man schon. Und Kontaktmann hat man auch schon. So. 16 Packs noch. 16. Go, go, go. Schneller, schneller, schneller. Kultistin der Totenköpfe hatten wir schon. Ödnisstürmer hatten wir schon. Was haben wir hier? Blutsplitter, Borsten, Nacken. Blutsplitter, Borsten, Nacken. Lebenserzug, Kampfschrei. Fügt einem Diener 6 Schaden zu, wenn euer Deck maximal 10 Karten enthält. Ja, das wird in der Arena ja nicht so oft der Fall sein. Im Standard habe ich schon oft viele Videos gesehen, die richtig gut waren. Also wo das Deck richtig gut war und darauf ausgelegt. Aber in der Arena, da hat man ja meistens mehr als 10 Karten noch in der Hand. Und dann 3-3 mit Lebenserzug. Der Skopid und nochmal der Wachposten. Weiter geht's. Oh, epische Karte. Ich gleich los, ich gleich los. Rachsüchtiger Geist. Außenseiter. Z2 Diener mit Todesröcheln. Ich glaube, die ist ganz gut. Ja, doch. Doch, die ist okay. Den hatten wir schon. Tollkühner Lehrling. Setzt eure Heldenfähigkeit gegen alle Feinde ein. Ja, wenn man die auf... Es gibt ja eine Karte, womit man die Heldenfähigkeit aufleveln kann vom Magier. Dann könnte die echt ganz gut sein. So eine Arcana-Explosion halt. Die kostet 2 Mana. Die dauert auf alle. Plus auf den gegnerischen Helden. Macht so 4 Mana. Macht auch die schön ganz gut. Für ein Board Clear. So, wen hätten wir hier noch? Den Octobot. Octobot. 14 Karten noch. Äh, 14 Packungen noch. Dann sind wir erstmal mit 40 durch. Ausgräberkarawane hat man schon. Der Oasendrescher. Der Oasendrescher. Der ist... Der ist... Ich mag die. Ich mag die. Fick dem feindlichen Helden-Drescher an. Fick dem feindlichen Helden-Drescher an. So, ja, die ist okay. Die ist okay. Die ist eine solide 2 Mana-Karte. Dann haben wir hier noch eine episch... Äh, ne. Was ist das? Gewöhnlich? Ne, gewöhnlich. Häufig? Ne, selten. Selten. Selten episch lehende. So, selten ist die. Ruft zu Beginn eures Zuges, äh, ein Diener aus eurem Deck herbei, der 1 kostet. Apothekenkarawane. Oh, die kann ganz gut sein. Die... Ich glaube, die kann ganz gut sein. Gold oder nicht Gold? Oh, Gold. Gold. Warden-Dämmergriff. Kampfschrei friert alle feindlichen Diener ein. Fügt bereits eingefrorenen Dienern, äh, stattdessen 4 Schaden zu. Cool. Wie sieht die Aussage vom Effekt her? Ja, ist okay. Ist okay. Und Ausstatterin der Kabbalah haben wir nochmal. Ich glaube, wir haben jetzt 3 gezogen in den ersten 40 Packungen. Also wir sind ja noch nicht mit 40 durch. Ja, noch ein paar. Äh, Lichtschweilen elementar. Spott. Todesröcheln stellt bei allen befreundeten Charakteren 8 Leben wieder. Das ist eine richtig gute Priesterkarte. Ein Priester ist ja schon so gut in der Arena, aber die ist, die ist gut, die ist gut. Die ist richtig gut. Der ist okay. Den hatten wir schon. Freibeuterin hatten wir auch schon. Äh, Schildkröten in Gold. Und nochmal die Kröte. Die Kröte ist toll. Also sieht schön aus. Im Priesterdeck wäre die jetzt nix. Im Paladin Deck auch nicht. Ich glaube, da haben alle, alle, äh, alle Karten holi oder heilig. Für Ursache 2 Schaden entdeckt. Ein Zauber ist eine gute Karte. Hatten wir aber schon. Die Kröten nochmal. Akulit der Klinge beschwört ein Dämonenbrut 5-8 mit Spott. Bäh, nee. Ich weiß nicht. Es gibt ja auch hier den komischen Drachen, den mechanischen Drachen, der dann einen 8-8er spawnt, aber für 2-2, 5 Mana war die Karte schon echt nicht so der Brüller. Aber, naja, naja, die ist halt nur. Die ist nix. Die ist nix. Ich kann es nix mehr dran anfangen. 8 Mana. Du brauchst erst mal einen Diener auf dem Brett und dann auch noch 8 Mana. Zieht ein Wildtier, verringert seine Kosten um 1. Samen des Lebens. Zieht ein Wildtier. Oh, ist okay. Noch eine epische. Was hätten wir da noch? Agentin der Horde. Kopiert die Geheimnisse eures Gegners und bringt sie ins Spiel. 3-4 Stats sind okay. Würde ich nehmen. Die ja nicht. Das ist aber noch episch. Keiler Hauer. Ach, das ist die Waffe wieder vom Schurken. Ist ne gute Waffe. Würde ich nehmen. Ach, noch. Die hatten wir schon, die beiden letzten. Hauer-Schlitzer. Da ist er nochmal. Ja, jetzt hat man schon. Episch. Brachland schmieden. Verleiht euren anderen Dienern plus 2 plus 2 für 5 Mana. Nee. Nee. Oh. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Okay. 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 Da muss ja immer davon ausgehen, das muss ja auch irgendwas auf dem Board überlieben. So, Brachland plünderen. 6-6 für 6 Mana. Okay, kostet ein, wenn euer Deck maximal 10 Karten enthält. Also, die ist okay, würde ich sagen. Also, man hat nicht oft die Situation, dass man nur noch maximal 10 Karten im Deck hat. Aber für 6 Mana, 6-6 ist völlig okay. Und Spott halt noch. Hatten wir schon. Die Berserkerin. Oasen hatten wir schon. Seelenstärke hatten wir schon. Und nochmal Oasenverbündete. Toll. Noch 5. Hatten wir schon. Den hatten wir doch, den hatten wir auch schon. Aber nicht in Gold. Seelenzerreißung. Fügt allen Dienern 5 Schaden zu. Zerstellt für jeden vernichteten Diener eine Karte in eurem Deck. So ein Aoi für 5. Also ein Flammenstoß für 7. Wenn es nicht anders geht. Also, hat der Hexenmeister viel Aoi? Ne, hatte der nicht. Nur um sich selber zu schaden. Na gut, jetzt verliert er ein paar Karten, aber. Was soll's. Wachposten hatten wir schon. Stärkene Predigt hat man sogar in diesem Pack. Weiter geht's. Noch 4. Goldstraßengrundsache, den hatten wir schon. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Öl in Gold. Hatten wir auch schon. Und den Wachposten von Morsha. Kann nicht angegriffen werden. Nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt hat, ruft ihr einen Grundsatz 2-2 herbei. Das ist ein guter Wachposten. Der ist gut. Für 3-3-5. Der ist okay. Der ist okay. Haben die Spott? Haben die jetzt ja nicht mehr. Dumm. So, 3 Kartenpackungen noch. Muskelaufbau hatten wir schon. Vergnügter Gast hatten wir schon. Wachposten hatten wir schon. Mitäubendes Gift verleiht eure Waffe hatten wir auch. Ne. Euer Held ist immun, während er angreift. Mhm. Alles okay. Und Dunkelbilder hatten wir schon. Mehrmals. Okay, das war eigentlich nicht. Erzorn. Zwei gute Karten. Wachposten nochmal. Sehr schön. Doch mal das Gift. Der Oasen-Drescher. Und der Peon. Dornen-Wuchs-Wächter. Das hatten wir schon. Hatten wir schon. Lehren-Schinder. Kampfschrei. Fügt für jeden Zauber auf eurer Hand einen zufälligen feindlichen Diener ein Schaden zu. Hat man ja meistens nicht. So viel auf der Hand. Und der Pirat. So, ersten 40 Packs sind wir durch. Dann können wir gleich weitermachen mit den nächsten 50. Machen wir weiter mit unseren nächsten 50 Kartenpackungen. Nummer 100. Kommen wir schon. 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 Vielleicht setzt eure Heldenfähigkeit gegen alle Feinde ein. Ja, kennen wir auch schon. Komm jetzt. Jetzt wollen wir einfach nur noch legendäre ziehen und epische. Da haben wir schon mal eine gute Karte. Oh, eine epische. Ich sehe eine epische. Meins. Entdeckt eine Heldenfähigkeit und setzt die Kosten auf 0. Wechselt nach dem zweiten Einsatz zurück. Okay. Okay. Also in der Arena würde ich jetzt sagen, ist sie blöd für den Schurken. Weil die Schurkenfähigkeit, die Heldenfähigkeit ist einfach super gut. Ja, aber so für Standard. Ich weiß auch nicht, ob Standard. Das ist glaube ich auch blöd. Und das ist keine gute Karte. Die ist einfach nicht gut. Den kennen wir. Den kennen wir. Die kennen wir noch nicht. Verletzt den Dienern auf der Hand. 1 plus 1. Doch, kennen wir schon. Und die kennen wir auch schon. So, weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt machen wir es schneller, schneller, schneller. So, und was haben wir hier? Den Octobot. Octobot. Kennen wir alle schon. Paladin-Karte. Wie gesagt, wenn man viele Geheimnisse auch in der Arena zieht, dann ist die glaube ich eine richtig gute Karte. Das ist aber auch so, für zwei Mana, eine 1-3er-Waffe ist nicht schlecht. Wenn die gleich aus sich spielt, habe ich gar nicht darauf geachtet. Vielleicht ziehen wir die ja nochmal. Ruft ein Wildtier 2-2 mit Alpha herbei. Okay, die hatten wir noch nicht. Ich glaube, die ist ganz gut. Ich glaube, die ist ganz gut. Vor allem kann die sich aufwerten halt. Für zwei Mana nachher so ein 6-6er-Wildtier mit Eifer. Die kennen wir schon. Die kennen wir schon. Weiter geht's. Dickball-Kodo hatten wir schon. Den haben wir schon 100 Mal gesehen. Der hatten wir gerade eben erst. Und die kennen wir schon. Die Schildkröten kennen wir auch schon. Aber na gut. Samen des Lebens hatten wir schon. Feuer, Furore der Flossenträger. Verleiht euren Dienern plus 1 plus 1. Verleiht euren Merloks zusätzlich plus 1 plus 1. Weiß nicht. Ich glaube, nicht so toll. Man wird sehen. Man wird sehen. Oh, ne epische. Bam. Kampfschrei. Zieht euren Zauber mit den nächsten höchsten Kosten. Ruft einen zufälligen Diener mit den gleichen Kosten herbei. Ja. Zieht ein Zauber. Oh, ja schon ziemlich teuer. Goldener Oktobot. Goldener Oktobot. Sehr schön. Und noch eine seltene. Aber die hatten wir schon. Weiter. Zack, zack, zack. Ja, jetzt geht es schneller. Also. Die nächsten 50 gehen schneller. Oh. Stopp. Legendäre. Auf die Platze. Fertig. Wer ist das? Mann. Mann. Nehru Feuerklinge. Kampfschrei. Wenn euer Deck keine Karte enthält, öffnet ihr ein Portal, das eure Seite des Schlachtfelds für jeden Zug mit Wichteln 3-2 füllt. Wird in der Arena nicht nie der Fall sein. Da ist man entweder vorher tot oder hat vorher gewonnen. Aber für Standard ist es, glaube ich, eine gute Karte. Für dieses, ich zerstöre einfach dein Deck. Tickertuss. Und dann gibt es ja diesen Altar des Feuers oder so. Den haben wir noch nicht. Ah, vielleicht kriegen wir den jetzt. Wäre gut. Was haben wir? Bam. Ausdauertraining. 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 Rang 1. Verleiht euren Dienern auf eure Hand plus 1 bis 1. Das hatten wir auch schon. Ich kann mich erinnern. Die hatten wir noch nicht. Das war mit dem Sport kopieren. Naja, das ist nischt. Also das ist ja okay. Die Siegel. Wer spielt denn das? Also, macht keinen Sinn. Siegel? Näh. Gut, was haben wir noch? Oh, eine goldene Karte. Zieht zu Beginn eures Zuges einen Murloc? Ja, je nachdem. Ist es einfach irgendein Murloc oder zieht man ihn aus dem Deck? Weiter geht's. Ohne Ewische. Ach, die Sanitäterin. Tamsin Roame. Tamsin Roame? Tamsin Roame? Hexenmeister. Okay, Hexenmeister. Tamsin Roame. Jedes Mal, wenn ihr einen Schattenzauber wirbt, der mindestens 1 kostet, erhaltet ihr eine Kopie davon auf die Hand, die 0 kostet. Die ist eine gute Karte. Auch in der Arena, ich glaube auch im Standard, die ist überall gut. Also, so ein, wie heißt es, Seele entziehen oder so. Boah, für 0. Die ist ziemlich gut. Sofort picken in der Arena. Bahn. Also Hexenmeister, glaube ich, könnte ganz gut werden. Und Priester nochmal. Gut. Ich glaube, wir haben schon echt viele Legende. Eigentlich haben wir alles ausgeschöpft hier. Oh, das ist ein gutes Pack. Boah, guck mal hier. Gold. Selten. Episch. Geistheiler. Verleiht einem zufälligen Befreundeten, den er plus 2 leben, nachdem ihr einen Heiligzauber gewirkt habt. Boah, die kann ganz gut sein. 3, 6 ist solide Stats, würde ich sagen. Das ist eine gute Karte. 3, 4. Einfrieren. Magier hatten wir schon. Weiter geht's. Der Peon. Blablabla. Die ist richtig Kürze. Also, Zeichen der Stille. Also, als Dämoniäger, Waffe, 8 Schaden in die Sicht drücken. Einfach so. Mehr macht man da ja nicht. Hoffen, dass nicht so viele mit Spott dabei stehen. So viele, die da mit Spott. Mini-Flosses-Karawane. Zieht zu Beginn. Hatten wir schon. Jetzt haben wir nämlich schon fast hier alles. Wir haben schon fast alle Karten. Fast alle. Oh, episch. Druiden der Ebenen. Eifer. Raserei. Ja, verwandelt sich in ein Kudo. 6, 7 mit Spott. Top. Das ist eine richtig gute Karte. Also, die ist richtig gut. Ich glaube, die ist richtig gut. Und Furore. Der Flossenträger. Bam. Der Säbelzahntiger. Das ist richtig gut. Zack. Zeichen der Stille. Es gibt bestimmt auch andere, bessere, seltene Karten. Zum Beispiel die. Erdklagegeist. Ja, für einen Schamanen ist die nicht schlecht. Also, ich würde die jetzt nicht nehmen. Ja, hier. Jetzt können wir nochmal gucken. Schwertes Gefallenen bringt ein Geheimnis aus eurem Deck ins Spiel. Oh, ins Spiel. Also, ist gleich, äh, zack, ist es da. Ja, das ist eine, das ist eine richtig gute Waffe. Paladin-Waffe. Also, vielleicht ist so, ja, er ist nicht besser als der Echtsilber-Champion. Echtsilber-Champion, oder? Heißt der? True-Silber-Champion. Ja, ja, ja. Echtsilber-Champion heißt er. Da hätten wir nochmal den Kriegerheld. Wie oft denn noch? Oh, epische Karte. Geistheiler haben wir leider schon. Aber jetzt haben wir den zweiten. Ausdauertraining. Und den Sonnen-Schuppen-Rabdor. Das war ein gutes Pack. Was haben wir da noch? Zack. Oh, das ist ein gutes Pack, ja. Laurende Öl-Plattform. Wie gesagt, gute Karte. Der weiß ich nicht. Und, betäubendes Gift. Oh, Gold. Betäubendes Gift. Bodygold. Pakete auspacken, ist toll. Ist wie Weihnachten. Da hinten leuchtet es. Es leuchtet da hinten. Psch, psch, psch. BÄM. Sirena, Blutfeder. Priester, Kampfschrei. Wählt einen feindlichen Diener, stellt, was stiehlt ihm Angriff und Leben, bis dieser Diener mehr hat. Nett. Wählt einen feindlichen Diener, stiehlt ihm Angriff und Leben, bis dieser Diener mehr hat. Also, wenn der 8,8 ist, dann stiehlt sie ihm 4,4 und dann steht da ein 5,5er und plus ein 4,4er. Also, sie hat dann 5,5 und der Gegner 4,4. BÄH. Das ist doch nicht toll. Näh. Näh. Obwohl, hat er denn 0 Leben bei so einem Drachen? 4,12? Feuermann Flurgel fügt allen Feindlichen einen Schaden zu, nachdem er einen Murloc ausspielt. Ja, solide 2,3er Karte und ein Murloc-Bonus. Das muss man auch viele Murlocs finden. Und super, also die Axt. Genial. Aber schön. Ja, noch eine Legionäre. Komm, weiter. Warum nicht? Nicht. Auch gutes Pequiner. Eine epische und eine seltene Brachland-Schmiede. So, wir sind gleich durch. Hier, 8 packen. 8 packen noch. Was geht's hier? Boom. Oh, wieder 2. Was ist denn los? Was ist denn los? Weiter geht's, weiter geht's. Eine. Okay. Achso, jetzt kann ich nochmal nachgucken. Fügt allen Dienern 5 Schaden zu, zerstört für jede vernichteten Diener eine Karte aus einem Deck. Okay, na gut. Also, wenn da 5 stehen, die sterben, dann sind es seit 5 Karten weniger. Episch. Kriegshymnen-Bändigerin. Kampfschrei. Entdeckt ein Wildtier in eurem Deck. Verleiht allen Kopien davon plus 2, plus 1. Egal, wo sie sich befinden. Ja. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist gut. Und... 2 Bücher. Wow. Seerossenlaura. Kampfschrei verwandelt einen feindlichen Diener in einen Frosch mit Spott, wenn ihr im letzten Zug ein Elementar ausgespielt habt. Das ist eine richtig coole Karte. Einmal hier 4 Mana, 0,1 verfroschen, Hexen. Hex heißt es, glaube ich, oder? Oder verhexen? Verhexen. Und das einfach für umsonst. Nur, dass man elementar vorher spielen müsste. Und... Überzeugung. Rang 1 verleiht einem zufälligen befreundeten Diener plus 3 Angriff. Boah. Diesmal gut. Das hier wie... Blutrausch oder... Wie heißt der vom Druiden? Weiß nicht. Aber ziemlich gut. So, als Finisher. Oh, da gehen jetzt. Habe ich schon eine der 50 anderen geöffnet. Nein. Na gut. Da machen wir gleich weiter. Gut, da haben wir nur noch 49. Ja. Okay. So, machen wir in den letzten 49 Packs äh, weiter. Pack Nummer 49. Von 140. Aber die gehen nur unter die epischen und legendären und so. Oh, die hatten wir schon. Solide Karte. Naja, der ist super. Äh, Lichtschwallen-elementar. Lichtschwallen-elementar. Der ist super. Nee. 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 Das ist keine gute Karte. Oh, das war das für ein Pack. Der Lichtschwall-elementar wieder mal. Priester von Ansche. Priester von Ansche. Spott-Kampfschrei erhält 3 plus 3 plus 3, wenn ihr in diesem... wenn ihr in diesem Zug Leben wiederhergestellt habt. Dann ist das ein 8-8 mit Spott. Das ist super. Das ist gut. Das ist richtig gut. Leben herstellen als Priester ist mir so schwer. Also ist er im Zug 7 ein 8-8er. Theoretisch. Oh, da hatten wir wieder die Karawane für den Hexenmeister. Viele Karawane, oder? Gefäldeklasse-Karawane? Also nicht. Verurteilen. Fügt allen feindlichen Dienern ein Schaden zu. Wird aufgewertet, wenn ihr 5 Mana habt. Und dann sind es 2 und dann 3 oder dann 3 und 5? Weiß ich nicht. Und die Karawane für den... Schau mal. Oh. Gold. Episch. Episch Gold. Oh Gott, viel. Moment. Arcana-Erleuchter. Karten, die nicht zu Spielbeginn in eurem Deck waren, kosten 2 weniger, aber nicht weniger als 1. Achso, als Magier. Die nicht in eurem Deck waren. Oh, brauchen wir schon viel. Sollte man aber hinkehren. Könnte ganz gut sein. Was haben wir hier noch? Öl-Plattform. Mhm. Und weiter in der Öl-Plattform. Ich glaube, wir haben fast alle außer epische und legendäre Natur-Enerwieder. Oh. Ne Kröte. Nein, daneben ist die legendäre... Bäm. Brukan. Naturzauberschan plus 3. Okay. 5,4. Und dann so ein... Wie heißt er? Blitzschlag oder so ins Gesicht. Für 6. Okay. Ich glaube, den gibt es auch in Diamant. Mirza. Es gibt ja einmal diesen Samuho in Diamant und Brukan anscheinend auch. Und dann ist die Karte so ein bisschen über den Kartenrand hinaus. Sind die hier nicht mehr so eingefangen, sondern diese dann noch darüber hinaus. Und mehr Effekte. Ohne epische. Kriegsumdenbändigeren. Ah, die ist gut. Und der auch. Man darf ja nicht immer die gewöhnlichen vergessen. Da gibt es auch durchaus Karten, die ihre Berechtigung haben. Schön. Gold. Und blau. Die sieht ja immer cool aus. Also sie sieht cool aus. Ich würde sie jetzt nicht nehmen, aber sie sieht cool aus. Vor allem mit Gold. Elite-Soldat von Morschan. Spott, Kampfschrei. Ruft eine Kopie dieses Dieners herbei, wenn euer Held in diesem Zug angegriffen hat. Und das sollte möglich sein als Krieger. Und weiter. Oh, ein Peck. Elite-Soldat von Morschan. Und dann eine goldene, gewöhnliche. Eine seltene. Und eine legendäre. Cariel Rome. Cariel Rome? Gab nicht vorhin schon eine? Tarim Rome oder so? Eifer-Gotteschild verringert die Kosten von Heiligzaubern auf eurer Hand jedes Mal um 1, wenn dieser Diener angreift. Da. Eifer und Gotteschild ist schon mal nicht schlecht. Würde ich nehmen. In der Arena. Ich glaube, in der Arena ist das Meister jetzt auch ziemlich gut. Könnte gut sein. Okay. Gold wieder. Gold und episch. Oh. Gold und episch. Altar des Feuers. Zerstört die obersten drei Karten beider Decks. Also in der Arena würde ich es nicht nehmen. Aber im Standard ist die bestimmt richtig cool. Und so sieht die auch richtig cool aus. Da brennt alles. Da brennt alles. Ja, cool. Ah, dann haben wir gleich einen Erfolg. Bestimmt für einen Hexen. Zerstört die Axt, Seelenzerreißung, das Siegel. Es gibt doch noch ein anderes Siegel für einen Dämonenjäger, oder? Gab es da nicht eins? Stille und noch irgendwas. Reifzuge. Puh. Dann Samen des Lebens. Letztes Pack. Verurteilen. Das sieht auch geil aus, oder? Sieht bestimmt in Gold auch total cool aus. Fügt allen feindlichen Dienern einen Schaden zu. Dann hast du eine AOE Clear. Ah, wird bestimmt richtig gut. So, und jetzt haben wir nur noch die 5 goldenen Packs. Pack Nummer 1 in Gold. Aha. Das ist so toll. Aber wir können uns die Animation angucken. Vielleicht wird mir das tun. Okay, hierher. Er schwingt so ein bisschen die Fahne. Nichts selbewegendes. Nochmal ein goldener Octobot. Schön. Schön. Der habe ich, glaube ich, schon Gold vorhin. Irgendwann mal gezogen. Ja. Soldatenkarawane in Gold. Komm, die legitärenden Gold. Komm. Komm. Eine epische Gold. Und das letzte Pack. Meins. Entdeckt eine Heldenfähigkeit. Und das letzte Pack. Ach. Axt der Vorhut. Aber die ist cool. Ja, sieht doch geil aus. Sehr schön. Das zeichnet Stille für den Dämonenjäger. Toll. So, das war's. Gucken wir nochmal in die Sammlung. Einmal nochmal reingucken. So, was haben wir denn hier schönes? Filtern wir mal hier auf. Das ist Brachland. So. Wie viele... Also, ich guck mal, wie viele... Hier. Warte, Filter. Filter. Legendär... 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 Brachland. Okay. Eins. Weiter. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht, neun. Zehn, elf. Zwölf. Dreizehn, vierzehn. Und den hatte man ja schon. Vier hat man gleich bekommen. Zehn. Aus 150 Packs. Alle 15 Packs legendär. Das ist nicht schlecht. Das ist richtig gut. Ja. Finde ich gut. So, dass es jetzt mal gewesen sei. In den nächsten Episoden, die ich so rausbringen werde, werde ich natürlich mal ein bisschen Arena spielen. Ja. Nicht nur Packungen öffnen. Das ist ein bisschen langweilig, aber ich freue mich schon auf die nächsten Arena-Runden. Und dann kann ich vielleicht auch schon mal sagen, welche Klasse in Arena gut ist und welche vielleicht eher schlecht ist. Also bis jetzt waren sehr dominant Priester und Paladin. Wird man sehen. Vielleicht mag ich aber auch immer noch relativ gut. Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt mit dem neuen Kernset und den neuen Karten. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche oder in der zwei Wochen später. Mal gucken, wann ich wieder dazu komme, ein Video zu machen. Viel Spaß. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.